Willkommen zu Bloons Tower Defense 5 Hi Schrei dazwischen, alles klar Ähm, Tagesquels Oh, dies sowieso Ähm, heute spielen wir mit meinem Bruder im Koop Echt? Ähm, privates Spiel erstellen Ich erstelle ein privates Spiel Oh, ich muss mich noch verbinden Und ich auch So, verbunden Privates Spiel erstellen Warte mal Ich sage, heute machen wir Die Sprintstrecke auf gleich Spielen Einladen Warte mal So, muss ich noch meinen Bruder gleich auswählen Das sind ein paar aus meiner Familie und meinen Freunden Ich weiß nicht, ob da und zwei fällt Ich hab's immer Tom drückt jetzt mal auf mitspielen So So So, das hier ist jetzt so ähnlich wie Bloons Tower Defense Battles Battles Oben So Seht ihr? Jetzt haben wir auch Geld dazu bekommen So So Ich würde sagen, es geht weiter, ne? So Wenn ihr weiter geparkt wollt Zeigt Zeigt es mir in Form eines Kommentars Unterm Video und sagt mir Wie euch das Projekt Genau Wie euch das Projekt, sag ich jetzt mal, gefällt Und Tom Wie geht's auf YouTube nicht um die Daumen hoch, Tom? Ich sagte, deswegen O oder Daumen hoch Aber ein Kommentar wäre schöner Ja Oh, bei mir hängt das ja alles noch ein bisschen hinterher Warte Ich kann eh nichts aufrufen Ich rufe eh mehr Kohle So Nehmen wir jetzt mal das hier Dann kann Das macht, dass mein U-Boot jetzt auch aus den Sichten der anderen Der anderen Affen angreifen kann Hey Das ist doch nur gut, Tom Ich so, ey Guckt, seht ihr Das ist immer noch nicht in seiner Range Aber in der Range von ihm hier Von mir Ähm, ja, dann würde ich sagen, geht's weiter, ne? Doch Ähm Ich stell jetzt mal vier Affen hin Ich meine, jetzt muss ich mich wohl Ich brauch ein Affen Dorf, gibst du mir mal Geld? Nein, Tom Ich muss nämlich meinen, äh, Spion hier noch hoch machen Oder mein Affen-U-Boot Ähm Und das ist übrigens das Projekt, äh, das ich in Toad-Fans-Battles angekündigt habe Dazu kommt, dass ich Ähm Ähm Was soll ich jetzt sagen, äh Ähm Eine gute Frage noch So Kostenlose Kostenlose Affen Dazu kommt, dass ich bald noch Flash of Clans, ähm, paar Reviews zeige, wie ich, äh, wie ich mein Dorf habe Ihr könnt mir Verbesserungsvorschläge für das Dorf schicken Und dann, äh, dann, das heißt, zum Beispiel auf Mediafire ein Bild hochladen, hier, oder auf Google insgesamt, äh, Bild, oder Screenshot von eurem, von eurer Base Ich hab fast vier Affen Die ich dann kopieren werd und, äh, verbessern kann Ähm, damit meine Base verbessern kann Ähm Nicht dazwischenreden Nicht dazwischenreden Nicht dazwischenreden Ähm Könntest du mir mal ein bisschen Geld geben, oder? Ne, schade geht's, warte mal Ähm Ich weiß noch, wie hier verbrauchen müsste, null Ähm, ja Ja Ähm Ich würd sagen, ich weiß zwar nicht, wie es bei meinem Kumpel Noah steht, aber von dem gibt's auch bald sicher noch mehr neue Videos, als das, als nur das von letzter Woche Oder vor zwei Wochen, Sonntag oder so Ne, ich weiß es nicht Ähm, ja Thron aus Mach den Thron aus vom Haarhaus Sonst verstehen die Zuschauer uns nicht, ich hab den auch nur so an Und ja, ähm Und ja, ähm Ich mach immer noch Vielleicht kann ich erstmal nichts geben Na gut, ähm Der hier ist gut bisher Gut, ähm, ich würd sagen Machen wir weiter Ich nehm 1 Hiervon Da, lange strecken Reisnägel Und dann Und dann Und dann Was ist das? Wieso 5 Hier ist das? 4 Äh, Thron Das ist deine Seite Die geht hier durch Ja, du hast 4 auch Nein, also 1, 2, 3 Das fäng ich an Da soll ich rausgehen Ja, und ich dann auf weitermachen drücke Ja, und ich dann auf weitermachen drücke Wollen wir denen das Zuschauer das auch mal zeigen? Was? Das können wir nachher machen, wenn wir fertig sind mit den 45 Runden oder wie viele das auch sind Egal, ähm Bananendorf Bananendorf Bananendorf, alles klar Eindor Alles verdammt nochmal klar Schneider schießen Und, äh, wenn ihr noch für das und was für mein Aufnahmeprogramm habt, am besten kostenlos, weil ich kann mir in nächster Zeit nichts mehr kaufen, weil ich bin pleite und meine Eltern können mir auch nichts mehr kaufen, weil sie gerade auch zur Zeit ein bisschen pleite sag ich jetzt mal sind, ich gucke mal was Gerade so Könnte sein, dass das nicht mehr reicht mit dem Jedenfalls, ähm Ja, ich nehme mit Mobizen auf, hier Ähm Die Blumen gehen aus, wenn ich hier gerade so rum Dann, dann hier in der nächsten Reihe Und dann ist das noch weiter Und dann oben 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 Was? Nee, hab nicht wirklich was. Für jeden zerstörten Minuten bekomme ich hier beide ein bisschen Geld. Geld? Mit Bananen-Farm können wir das noch vergrößern, das Geld. Hier Bananen-Farm. Aber die lohnt sich gerade nicht, weil es sind einfach nur noch 20 Runden. Und ja. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Äh, ja. Wir können es in die Kommentare schreiben. Ihr habt 10 Sekunden. Oder könnt, um das hier zu fauseln und das zu schreiben. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 1 1 Unschuldigung, wenn das keine Sekunden gewesen sind. Ich habe kein Zeitgefühl. Es war denn in Schafe. 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 5 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 11 12 12 12 12 13 15 13 Oder willst du die machen? Super. Ne, das machst du, das machst du. Ich hab dich alle aufgeholt. Gut, dann mach ich das gleich. Ich kümmere mich aber erstmal schon um die Mord. Ich mach den Rundrinkel, aber. Super. Anstrengend, aber gut. Ich mach den Rundrinkel. Du kannst den Magier schon hinsetzen, wenn du möchtest. Ja, ich mach den Rundrinkel. Aber ich hab ein Problem, der stellt hier vorne hin. Wieso kommt das daran das Problem? Hier! Ich muss den Fall abgeworfen stellen. Wo aber? Ich hab einen Abgeworfen, du. Nicht so. Ja, dass du jetzt einen TX bekommst, war er noch nicht. Ich kann's noch nicht so weit abgeworfen, hier. Weil du das nicht abgeworfen willst. Ich will nicht abgeworfen. Was mach ich gerade? Das andere Bruder. Hä? Ich wünsche euch das noch abgeworfen, Tom. Und das mit den Gips. Ja, das obere ist das. Wir brauchen jetzt 3829. Drückt uns die Daumen. Dass wir den ersten Moab dann damit verstören können. Ich meine hier den unten Weg. Ja, der obere Weg ist das mit dem TX gibt da oder so. Den find ich aber nicht perfekt. Der ist aber gut, damit wir die Blumen verlangsamen und verstören können. Ja, also... Drück die Daumen für wirklich Geld bekommen. So, dann würde ich sagen nächste Runde, oder? Ja. 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 Dafür brauche ich eine Facecam von. Ich habe aber gerade keine. Ähm. Ähm. Drück kommt die Daumen. So. Wir haben... Wir haben gleich 3... Cool. Wir haben gleich 3825. Habt ihr nächstes? Und spätestens in der nächsten Runde haben wir das. Nein, jetzt habe ich länger. Gut. So, jetzt können Moabs auch einsaugen. Und das ist gut. Und jetzt upgrade den, äh... Nein, 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 nein. Den, ähm, Magier. Nachdem klingt jetzt auch noch ein Magier? Ist ja bei Wien den Feuerphönix noch? Feuerphönix halt. Willst du den Feuerphönix nach Wien? Es gibt nur einen, äh, Phönix mit Feuer. Äh, Phönix ohne Feuer ist kein Phönix. Das ist ein von normaler Vogel, der vielleicht etwas größer ist. Nein, 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 nein. Was glaubt ihr? Ich bin... Ich... Ich bin... Ich bin... Sonic Woon. Sonic X hat früher irgendwo gelaufen. Ist früher irgendwo gelaufen. Ich... Ich guck mir die, äh, in letzter Zeit auf dem Handy an. Weil ich... Ich mag die Serie einfach. Das ist richtig geil. Ich finde die geil. Jedenfalls... Warte. Ihr müsst hier versuchen, dass... So... Abgedrehen. Deswegen hab ich den da geholt. Wärts schlecht, dass es zählt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Und ich hab den von Oberpower zugenommen. So, dann würd ich mal sagen... Ne, der ist hier nicht wirklich okay, weil der... Der ist hier etwas langsamer. Äh, ähem. Das war's nicht. So, ich würd sagen... Dann liest du nur noch. So. So, Mohab, drückt uns die Daumen. So. Das, 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 das war gut. Den haben wir schnell weggekriegt. Ja. So. 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 der so viel Money kostet, das habe ich zwar, das habe ich auch mit Single Player geschafft, aber nur, als ich meine Coins ausgegeben habe. Das, 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 da, Mann, es war eine Menge Coins, die ich da ausgegeben habe. Jetzt könnte ich mir auch einen Super Affen kaufen, aber ich fahrt lieber auf den Affen-Lehrling. Das Player Upgrade ist ziemlich okay. Guckt euch doch nur mal an, wie er die wegputzelt. Ist noch besser als eine, hier, als eine Dampfbehandlung, um das Fett wegzukriegen. Danke, wie mein Lieblingsabteil. Lieblingsfähigkeit, wie ich. Kieben. Ich bin so nett. So, Moab. Nein, ich liebe Kieben, wie ich es geschafft. Was hast du damit eigentlich? Und, ich glaube, wir haben die erste Runde, äh, die, äh, die Runde geschafft, oder? Ich hab die. Oder? Ja, ich glaube, wir haben die Runde geschafft. Runde 50, ja. Seht ihr, eine Münster-Ambel bekommen. Ich auch. Und, äh, 75 Coins. Aber ich würde sagen, weiter spielen. Weiter. So, dann kommt hier ein super Film. So, und dann, los. So. Das war das Spiel. Da wird erklärt, dass wir das so lange spielen können, wie wir es hinbekommen. Ja. Und wir haben immer noch kein Leben verloren. Das ist unglaublich. Ja. Los, weil du jetzt nicht so? Das ist crazy, man. Das ist ja so. Nicht wohl, man tun muss, dass das bei dir, äh, alles frei und fertig ist. Bei mir ist alles halt nicht so zögert. Da kommt ein Moab, der ist weg, und jetzt die zweite. Die werden alle, die wurden, äh, die wurden alle gerade noch von dem hier, ähm, kaputt gemacht. Wurde aber nur nicht gesehen, weil der ziemlich schnell ist, wenn man es so macht. Wir machen das, das nächste Mal machen wir es langsam, wenn wir Moab, äh, sehen. Ob Papa sollte nicht mal Haas machen, sollte? Gut. Oh, Nagelöl. Ich hab da immer ein Update. Hab schon gemacht. So. Jetzt seht ihr wie meiner Lila ein. Da seht ihr zwischendurch, seht ihr wie da dieses Pop, äh, zeigen da kommt. Wie aus nem Comic. Äh, das, das, wenn das kommt, äh, wird ein Blumen. Ich hab's, äh, kaputt gemacht. Einen Blumen, genau. Oder ein Moab oder so. Meiner kann... Da ist noch ein Moab. Meiner kann jetzt... Äh... Meiner kann jetzt... Magia kann jetzt Wind machen. Ja, damit schießt der ein Moab zurück und, äh, äh, poppt auch noch damit ne Schicht. Ich hab den ganzen Run über vergessen, hier den Firing-Up zu upgraden. Mach den jetzt. Der Link wird immer vergesslicher. Ohhhhhhhh. Yes. So. Komm. Jetzt war ich ja erstmal kurz da oben und dann unten. Ja. So, ähm, wenn die Runde vorbei ist, zeig ich den Zuschauern was. Mhm. So, wenn ihr hier unten aufs E-Toolt, dann seht ihr die Upgrades, die ihr schon gemacht habt, für, äh, mit euren Appi. Ja. Ich hab so gut wie jeden schon auf Maximum, äh, ab, äh, auf Training gebracht. Ja. 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 Ja, der Hubschrauberpilot, den hübschrauberpilot nennt man eigentlich nicht wirklich. Die Verbindung zu deinem, äh, Verbündeten ist abgebrochen. Möchtest du die, Koop, möchtest du alleine fortfahren. Du wirst keine Koop-Belohnung erhalten. Wir drücken auf ja und jetzt kann ich auf allen zugreifen. Die werden auch so geupgraded wenn ihr die Upgrades nicht hättet.